schon wieder keiner da macht nix jetzt weiß ich ja schon dass ich den vorhang auch ganz allein aufmachen kann hau ruck hau ruck und hier rüber hängen und dann die andere seite hau ruck hau ruck kasperl wäre stolz auf mich aber katter kasperl ist ja nicht da so kinder jetzt komme ich dann gleich wieder weil ich ja wieder tritra tralala sagen darf bin gleich wieder da nicht davon gehen der pc ist heute wieder da und der kasperl ist schon wieder nicht da blim blam blum ist das wenn der kasperl nicht da ist kinder ihr wisst schon blim blam blum das ist das das ist sowas wie blöd aber blöd darf man ja nicht sagen blim blam blum ist das dass der kasperl nicht da ist was würden der kasperl jetzt sagen ach ich weiß schon ich weiß schon der kasperl wird jetzt fragen kinder seid ihr alle da und wir haben ausgemacht wir sagen alle gemeinsam ja ich sag ja und ihr zuhause sagt alle ja und dann wissen wir dass wir alle gemeinsam ja sagen und dann ist es fast so lustig wie im echten kasperl theater aber leider nur fast gut also frage ich euch jetzt kinder seid ihr alle da ja aber eigentlich keiner da und alles wegen diesen blim blam blum virus blim blam blum der kasperl der wäre wirklich stolz auf mich weil ich so ein geheimes geheim wort erfunden habe blim blam blum aber zum glück darf ich telefonieren mit dem kasperl das letzte mal hat der kasperl mir schon erzählt was ein virus ist habe ich mir gemerkt weiß ich dass das so viele finzi fuji kleine mini dinger sind die man gar nicht sehen kann und gestern und heute habe ich auch telefoniert mit dem kasperl und ich habe zum kasperl gesagt du kasperl und der kasperl hat gesagt ja was den bezillein und ich habe gesagt du kasperl ich weiß jetzt was ein virus ist aber 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 wie geht denn das dass das virus und krank machen kann wie geht denn das kasperl und der kasperl hat gesagt das ist eine gescheite frage bist eben ein gescheites bitzi bärle und ich habe gesagt ja das weiß ich eh aber wie geht denn das jetzt dass man da krank wird und der kasperl der hat mir das erklärt und jetzt weiß ich es auch der kasperl ist nämlich der glückste kasperl auf der ganzen welt den kann ich alles fragen und ich bin jetzt das glückste bitzi bärle auf der ganzen welt und kinder soll ich euch erzählen was der kasperl mir gesagt hat ich sag es euch ja 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 ich sag es euch der kasperl der hat zu mir gesagt wenn dieses korona virus wenn die in meine augen oder in meine nase oder in meinen mund hinein kommen dann kommen sie dann auch in meinen hals und in meine luftröhre das ist da beim hals und in meine lunge das ist da wo ich schnaufe und dann werden das da drinnen immer mehr und immer mehr und dann heißt das infektion und dann kann sein dass man krank wird hat der kasperl mir erklärt und ich weiß es jetzt auch und dann habe ich gesagt und du kasperl und der kasperl hat gesagt ja was denn betilein und ich habe gesagt du kasperl wie wie geht denn das dass das korona virus dass das in meinen mund und in mich hinein kommt wie passiert denn das und dann hat der kasperl gesagt das ist eine gescheite frage bist eben ein gescheites bitzi bärle und ich habe gesagt das weiß ich eh aber wie geht denn das dass das virus in mich hinein kommt und der kasperl hat gesagt wenn du irgendwas angreifst wo coronaviren drauf sind dann sind die viren auf deinen händen und wenn du dann in dein gesicht greifst oder dir die augen reibst oder dir ein bisserl in der nase bohrst oder ein bisserl an deinen fingern herum lutscht dann schwuppdi wupp sind die viren schon in deinem mund und deinem hals und in deiner luftröhre und in deiner lunge und dann kann schon passieren dass du krank wirst und dann habe ich gesagt du kasperl ich glaube das ist wie beim honigbrot essen da esse ich auch einfach ganz so ein bisserl honigbrot und bin eigentlich nur im mund voll mit honig und dann auf einmal ohne dass ich weiß wie das passiert biegt überall sind meine pfoten bieckig und der tisch biegt und der lichtschalter biegt und die türschnalle und alles biegt und jetzt weiß ich auch warum das händewaschen so richtig so wichtig ist und der kasperl hat gesagt ja genau man muss sich ganz oft die hände waschen und noch besser ist wenn die coronaviren gar nicht erst auf unsere hände drauf kommen und deswegen muss man zu hause bleiben und wenn das nicht geht dann muss man abstand halten das ist nicht nur beim autofahren wichtig hat der kasperl gesagt und das ist der klügste kasperl auf der ganzen welt kinder kinder da fällt mir ein ich kenne noch ein händewaschliederl soll ich euch das vorsingen ja gut dann singe ich wieder ganz ohne kasperl händewaschen händewaschen muss ein jedes kind wasch wasch händewaschen händewaschen dass sie sauber sind wasch wasch und sind die hände sauber ja doch leider ist kein handtuch da dann schütteln wir die hände die hände die hände dann schütteln wir die hände bis dass sie trocken sind so geht das händewaschliederl und jetzt kommt die zweite strophe und dass sie fängt dann an mit füße waschen füße waschen muss ein jedes kind aber händewaschen ist viel wichtiger deswegen könnte man jetzt das noch mal singen machen wir aber jetzt nicht weil kinder kinder stellt euch vor weil ich ja so viel und oft heute schon die hände gewaschen habe habe ich und jeden tag da habe ich meine bärenmama am abend gefragt dass ja eigentlich die hände im moment das allerwichtigste sind und dass ich ganz leicht darauf verzichten kann dass wir die füße und die ohren waschen war sie aber nicht einverstanden könnt ihr mit eurer mama mal probieren ob das leichter geht ja übrigens weiß ich noch ein lustiges spiel mein mein lieblingsspiel das kann man nämlich ganz alleine singen und spielen aber auch singen und spielen wenn ganz viele mit mitmachen und ich hoffe dass ihr jetzt alle mit macht macht sie alle mit ja gut und das geht so hände ganz gerade weg strecken dann geht es am besten das ist gerade und das ist schief das ist hoch und das ist tief das ist dunkel das ist hell das ist langsam und das ist schnell ja so geht das hurra war das war das schön kinder ja war das sehr schön kinder ja schon schön aber alleine ist halt nicht ganz so schön und wenn der kasperl jetzt da wird dann wird der fragen du bezilein warum schaust du denn so traurig warum lässt du denn den kopf so hängen und dann würde ich sagen ja kasperl das ist weil 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 ich heute geburtstag habe und dann wird der kasperl sagen aber das ist doch ein grund zum freuen und ich würde sagen und ich würde sagen ja schon normal schon aber heute nicht weil ich bin ganz alleine und kann gar keine geburtstagsparty machen was mache ich denn da was mache ich denn da muss ich nachdenken wenn der kasperl nachdenkt dann machen immer alle einen denkklatscher macht ihr jetzt auch einen denkklatscher man muss man zweimal in die hände klatschen klatsch klatsch und zweimal auf die oberschenkel patschen patsch patsch und dann denke ich nach muss ich für mich selber klatschen gut klatsch klatsch patsch patsch klatsch klatsch patsch patsch klatsch klatsch ha ich hab's jetzt müsst ihr fragen sag schon bitzi und ich sag ich sag schon kinder hört zu ich sag schon hört zu also mir ist eingefallen wenn niemand da ist der für mich mein geburtstagsliederl singt dann sing ich das liederl eben für mich ganz alleine und für alle anderen kinder die heute oder morgen oder übermorgen geburtstag haben oder die überhaupt irgendwann einmal geburtstag haben und ich hoffe dass ihr alle mit mir mitsingt auf drei eins zwei drei zum geburtstag viel glück zum geburtstag viel glück zum geburtstag zum geburtstag zum geburtstag viel glück war das schön ja da fällt mir ein ich kenne sogar ein geburtstagsspiel da braucht man aber eigentlich irgendjemanden wo man sich auf den schoß drauf soll setzen kann und so hinkuscheln und ich erzähle euch einfach wie das geht und vielleicht machen ja eure mama oder eure papa das geburtstagsspiel dann mit euch also da setze ich mich dann so hin auf den schoß und kuscheln mich an den bauch und die brust von meiner mama oder von meinem bärenpapa und die legen dann die hände auf meinen rücken und das ist schon ganz fein und dann sagen sie die schnecke hat geburtstag und die schnecke sitzt oben auf meinem hals und das kitzelt und das ist schon lustig aber dann reden sie weiter und dann sagen sie als erstes kommt der elefant und der elefant trampelt von ganz unten da wo mein schwanzerl ist auf den über den ganzen rücken hinauf trampel kommt der elefant und möchte der schnecke zum geburtstag gratulieren aber wie er oben ist da fällt ihm ein oje oje ich habe ja das geschenk vergessen und dann trampelt der elefant wieder nach unten trampel 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 und dann schnappt sich der elefant irgendwo ein geschenk und das kitzelt mich dann meistens und dann trampelt der elefant über meinen rücken wieder hinauf trampel 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 und dann klopft er an und dann macht macht die schnecke die tür auf und sagt oh hallo elefant was machst denn du da und der elefant sagt ich gratuliere zu dir zum geburtstag und dann freut sich die schnecke und dann kommt als nächstes vielleicht eine ameise und getrampelt kann also trappelt ganz leise über meinen rücken hinauf und dann kommt ein käfer oder eine schlange oder eine katze und das ist ganz lustig aber geschenke heute ist keiner da der mir geschenke bringen kann oje oje was mache ich denn da was mache ich denn da ach ich weiß schon kinder ich weiß schon ich mache mir einfach selber geschenke ich habe einen meisterhaften meisterplan soll ich euch den verraten ja gut dann verrate ich euch meinen meisterhaften meisterplan hört zu ich gehe jetzt zu einer bärenmama und lass mir drei geschirrtücher geben dann gehe ich in mein bärenkinderzimmer und suche mir meine drei allerliebsten lieblingsspielzeuge aus und die verpacke ich dann jedes in ein geschirrtuch dann habe ich drei geschirrtuch packerl und dann vergesse ich schnell wieder was ich eingepackt habe und dann packen wir es gemeinsam aus und dann bin ich ganz überrascht und freue mich dass ich lauter lieblingsspielzeuge zum geburtstag gekriegt habe übrigens kann man das auch spielen wenn man nicht geburtstag hat ich gehe jetzt kinder und 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 richtig backerl her und vergesst dann schnell wieder was drinnen ist und dann komme ich wieder nicht weg gehen ich bin gleich wieder da das wird lustig so kinder seid ihr noch alle da ja müsst schreien probieren wir noch mal kinder seid ihr noch alle da ja gut dann hole ich jetzt die überraschungsbackerl seid schon ganz gespannt so schwer sind die habe ich backerl gepackt weil ich ja goldgeburtstag habe und die mache ich jetzt auf kinder wollt ihr mit mir die backerl aufmachen dann können wir nämlich schauen was da drinnen ist ich mache da das backerl auf ups oje jetzt ist runtergepurzelt bin gleich wieder da ich hole das ui so eine überraschung dann schaut mal was in meinem backerl drinnen war ein buch ein igelbuch na so was igelbücher mag ich am liebsten das gefällt mir gut das lege ich jetzt gleich hierher und ich glaube ich gebe es lieber weg sonst burzelt es noch mal runter das will ich nicht so diese dieses geschirrtuch backerl kann ich auch schon unten ist hallo papa geschirrtuch ich nastro eine überraschung da ist ja noch ein backerl da das mache ich jetzt auch wieder auf und ui kinder schaut mal was ich da gefunden habe eine schere scheren kann man zum basteln sehr gut gebrauchen wenn einem langweilig ist scheren mag ich am liebsten hurra na so eine überraschung so eine schöne geburtstagsschere die schaut ja aus wie meine lieblingsschere ist super die räume ich jetzt wieder weg und dann hm dann gebe ich mein backerl papa so jetzt ui schon wieder ein überraschungs backerl na jö kinder schaut mal ein drittes backerl das ist ja super das mache ich jetzt wieder da auf wo ist das aufregen kinder soll ich ganz aufmachen ja ja freilich natürlich da schaut schon was raus da kann ich schon überraschungs backerl aufmachen oh ja das ist super das ist ja meine eine lieblings trommel von mir trommeln und trommeln 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 super ist das wirklich überraschend das gefällt mir aber schade dass keiner da ist der mit mir gemeinsam mit trommeln kann wenn der kasperl jetzt da wäre dann würde ich sagen du kasperl und der kasperl wird sagen ja was denn und ich würde sagen du kasperl was machen wir denn jetzt und der kasperl der würde sagen jetzt ist es zeit für das bici bärl lied und ich würde sagen das ist super weil ich jetzt habe ich sogar eine trommel zum dazu trommeln und und dann singe ich jetzt das bici bärl lied und ihr singt alle mit spielen mit bici das ist schön jetzt ist es aus jetzt ist es aus bis bald auf wiedersehen spielen mit bici das ist schön jetzt ist es aus bis bald auf wiedersehen so ist das so ein tolles geburtstagsüberraschungsspiel habe ich heute gemacht und dann würde ich den kasperl fragen du kasperl was machen wir denn jetzt und der kasperl würde sagen jetzt ist es zeit für dein sprücherl und ich würde sagen ja hurra sprücherl mag ich am liebsten und jetzt sagen wir das sprücherl alle gemeinsam wollt ihr das ja gut auf drei eins zwei drei liebe kinder liebe leute unser spiel ist aus für heute jede geschichte hat mal ein ende und wenn es euch gefallen hat dann klatscht in die hände auf wiedersehen baba bussi bis die luftikus babaci so jetzt räume ich meine überraschungstrommel weg muss man alles immer ordentlich aufräumen und das packerl babaci und jetzt mache ich den vorhang wieder zu den vorhang da auch wieder baba bis zum nächsten mal und wenn ihr was zeichnen wollt kinder dann könnt ihr das an die kulturplattform ein foto schicken und dann schauen wir uns das immer gemeinsam an baba 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 oder 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 d